Und wir haben uns vorgenommen mit euch jetzt noch ein bisschen zu feiern, es ist Sonntag. Wer von euch muss morgen früh raus? Auch da haben wir vorgesorgt, wenn wir heute fertig sind, treffen wir uns noch ganz kurz hier drüben an unserem Stand. Und da stellen wir euch noch ein paar Befreiungen für den Arbeitgeber aus. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi alles rauslassen, völlig egal. Wichtig ist nur, dass ihr ein bisschen Spaß habt und wir spielen euch ein bisschen passende Musik dazu. Also schwingt die Hüfte in den Letzten! Wichtig ist nur, dass ihr ein bisschen Spaß habt. Wichtig ist nur, dass ihr ein bisschen Spaß habt. Wichtig ist nur, dass ihr ein bisschen Spaß habt. Und wenn alle Feuer, da geht es um eure Hände. Und eure Hände sind still. Ein bisschen lauter. Musik Vielen Dank.